Und damit seid gegrüßt und willkommen zu einem neuen Test in diesem Format. Wir spielen Brad and Fred, das heißt das Spiel. Ein kleines süßes Spiel mit zwei Penguins im Winter. Und wenn das mal nichts wird, schauen wir rein, gucken wir uns an, was das Spiel so kann. So, so 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 wir spielen Singleplayer. Das Ganze geht auch um Multiplayer. How does this work? Throwing, Swing, Trabbing. Gold E, roll. S to an to reserve. E to grab. Die S und I-Book, ne? Und Q, S, I und Q. Okay, schauen wir mal. Und wie heißt die? Ah, okay. Steini ist ein bisschen schwer. Ich dachte wir sind zwei Penguins im Spiel. Ah, okay. Ich muss nur mal zuwerwerfen. Ah, okay. Ich muss nur mal zuwerwerfen. Hm. Es sieht ein bisschen schwerer aus als es ist. Es ist tatsächlich ein bisschen, ähm. Ah, okay. So wird das hier gemacht. Okay, ich stecke. Hilfe. Das ist nicht gut. Jetzt müssen wir noch mal die, äh, stören genau anbauen. So, lift to reach further. But be careful, you will need to precise. Angle yourself to the ground and swing left and to reach even further. Toe Jeff into the ball or grab it yourself or overcome obstacles. Aweaux-teero-deals. Aweaux-teero-deals. Uh-huh. Ah-ha. Okay, watcha. Und hier geht es jetzt auf einmal nicht mehr, weil die Wand im Weg ist. Aha, jetzt kommen wir hier. Ach du Scheiße. Sie sind so süß und die Kinder leicht aus, aber meine Güte. Das hat jetzt schon Getting Over als Niveau. Ach du Schande. Das ist dann irgendwann auf dem hohen Berg und das ist definitiv das Getting Over als Spiel. Ach du meine Güte. Bis ich immer irgendwo ankomme. Und jetzt hier hochglittern. Den begreifen aber gut. Autsch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Probe-Shift-Interview, ein FMC. Aha. Aha. Ja, Luka. Okay, well the time has come, be careful, help each other days it will become handy. Do you remember your training with John? See you soon there or not? Aha. Did I scare you from the mountain? Don't worry, we will be fine or not. Now go get out of my sight. I will take a nap. Let's go. Let's go. Ah, ha ha. Oh Was wird das Pullen jetzt hier? Ach, es wird sowieso wieder runter. Und das dazu. Ich bin ein bisschen zu doof dafür. Ich könnte es gerne selbst ausprobieren. Vielleicht schnellt ihr das besser und kriegt das besser hin. Im Prinzip, falls heißt das. Ich würde sagen, ich hoffe es hat dich nicht zu sehr enttäuscht an Leistung. Es hat auf jeden Fall ein genuldes Raum. Ich weiß nicht, es sieht süß aus, aber ich weiß nicht. Dann geht es euch mal. Die Demos fast los, könnt ihr selbst spielen. Und bis morgen. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.